Der Wirt der Gasthausbrauerei Heenberger in Weidhofen braut nicht nur sein eigenes würziges Bier, sondern pflegt eine Tradition, die schon fast im Verschwinden ist. Er lädt sich gerne Musikanten ein. Zum monatlichen Musikantenstammtisch können alle kommen, die gerne musizieren, aber auch jene, die gerne zuhören, mitsingen oder mittanzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Maultraume. Applaus 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 Applaus